Ja, und weiter geht's mit Gubbeideponium. Mal sehen, was haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit sechs Symbolen eingenäht. Komisch, die habe ich alle noch nie gesehen. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich zwölf war. Ah ja. Mr. Toffee, wo ist er denn? Gucken wir uns das nochmal an. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit sechs Symbolen eingenäht. Komisch, die habe ich alle noch nie gesehen. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, gehen wir mal in den Schrank und weinen uns in den... Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Mal sehen. Wir müssen jetzt auf Schnabeltiere achten. Ich bin der Größte. Da, da, da ist ein Ei. Landtaschnabelheit. Also, als ich, wie gesagt, das erste Mal das Spiel durchgezockt habe, habe ich nicht auf die Eier geachtet. Oh, guck mal, wo ist das mal an. Extras. Schnabeltierfibel. Acht von fünfzehn. Weiterspiel. Und los geht's. Hum, hum, kumbaya, unser Anführer ist da. Ritra trullala. Psst. Äh, genau. Hier bin ich nun. Ähm, möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den sechs Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Äh, wartet mal. Da muss ich selbst mal gucken. Äh, was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den sechs Insignien. Ja, das coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den sechs Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt war ein Knick, Knick, ist das ein Knick, ein Delikt, das... Äh, äh, was? Psst. Bekomme ich jetzt doch keinen Report, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Ah. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit sechs Symbolen eingenäht. Komisch. Die hab ich alle noch nie gesehen. Okay. Komm mal. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. Boom, wocka, 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 wocka. Das sind Klietesklamotten. Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. Genau. Ah, der Pfannenbett lag. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. So, weiß. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Klietes Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Was war das denn hier? Ah, ja. Also, ich wollte immer sagen, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir dann hier mal auf dem Richtstück belauten, die sind wohl auch in den Pflegehinweis schildert, von mir zu wissen, wenn wir die Maschine in die Tasche in den Taschen zu halten. Und dann den Rütteln zu machen, wenn wir dann noch ein Kostüm aus dem Schilderhof den Schilderflugplan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wähle die Reliquie. Ja. Kann es sein? Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Mann, das kann ja eh nicht tun. Hey! Stopp! Oh, muss er schon wieder da sein. Wähle die Reliquie. 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 Die Waschung ist vollbracht, Bumbaya, mein Sohn. Es folgt die Rituelle Zahnoperation. Was? Nein! Ruf es, ruf es. Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's. Wenigstens habe ich Kletisklamotten ergattert. Ja, und... Mit diesen... Wir gehen das mal zur Rezeption, dann schauen wir uns das an. Was es so alles gibt noch.